Wie in Gottes Namen, stellen Sie sich vor, soll eine Creme, die Sie von außen auftragen, diesen Zustand jetzt verbessern? So, heute geht es um ein ganz explizites, diffiziles Thema. Wir reden über Zellulite. Ein Thema, was vorwiegend Frauen extrem beschäftigt, schon meistens sehr früh anfängt und sich dann über die Jahre noch manifestiert. Und wenn ich überlege, was einige Patienten mir erzählen, was sie an Geld ausgegeben haben für vermeintliche Antizellulite-Treatments, vornehmlich Cremes, dann wird einem echt schwindelig. Das ist nämlich der springende Punkt. Warum kann das schon mal nicht funktionieren, dass ich mit einer Creme, die ich jeden Tag in einer Prozedur auf meinen Oberschenkel oder meinen Hintern schmiere, diese unschöne Dellenbildung vermindern kann? Naja, da muss man vielleicht mal ein bisschen tiefer schauen. Wenn wir uns hier auf dieser Grafik anschauen, wie eigentlich das weibliche Bindegewebe aufgebaut ist, dann sehen wir hier sehr schön das tiefe Fett. Das ist hier in diesen grauen Kügelchen dargestellt. Und darüber das superficiale Fett, also das oberflächliche Fett. Und wir sehen solche rot eingezeichneten Septen, die sich durch das Gewebe tangential durchziehen. So schön, so gut. Wenn das alles so aussieht, ist das alles normal. So sieht es auch bei den meisten Frauen aus. Jetzt wird es problematisch, wenn diese septigen Stränge zunehmen. Das heißt, es immer mehr davon gibt. Und als weiterer Komplikationsfaktor die Fettzellen auch größer werden. Das ist natürlich meistens dann der Fall, wenn man erstens zunimmt. Und das machen wir Frauen häufig genetisch bedingt an unterschiedlichen Körperstellen. Die meisten von uns haben das nämlich genau da, wo man es nicht haben möchte. Nämlich nicht in den Brüsten, sondern an Oberschenkeln, die bekannten Reiterhosen oder eben auch am Po oder auch am Bauch. Aber es sind genau die Stellen, wo wir das Fett nicht haben möchten. Und wenn das hypertroph, das heißt also vergrößert ist, führt das nicht nur dazu, dass wir unschöne Formen bekommen, sondern auch ein unschönes Hautbild bekommen können. Und das hat einfach damit zu tun, dass wenn wir nochmal hier schauen, die Fettzelle größer wird, auch diese kleinen süßen Fettzellen hier auf einmal in der Unterhaut größer werden, also in diesem oberflächlichen Fettkompartiment, dann beult sich das aus. Wenn wir jetzt nicht diese blöden bindegewebigen Septen hier zwischen hätten, die sozusagen das hier runterhalten, dann wird es einfach gleichmäßig schön dick werden. Aber dadurch, dass es an einigen Stellen sogenannte Attersionsbereiche gibt, kommt es dann zu diesem Berg- und Taloptik, beziehungsweise Orangenhautoptik. Und das ist die sogenannte Cellulite. Wie in Gottes Namen, stellen Sie sich vor, soll eine Creme, die Sie von außen auftragen, diesen Zustand jetzt verbessern? Weder wird die Creme schaffen, diese Septen zu durchtrennen, noch wird die dafür sorgen, dass plötzlich das Fett einfach weggeht. Können wir glauben, wenn das funktionieren würde, ich würde mich den ganzen Tag von morgens bis abends mit so einer Creme einschmieren und gleichzeitig Pizza essen. Das wäre großartig. Es geht leider nicht. Es gibt bis dato nur eine Möglichkeit, Cellulite wirklich loszuwerden und das ist immer noch invasiv, beziehungsweise operativ. Die Septen müssen weg und das Fett muss minimiert werden. Jetzt gibt es eine ganz schöne, elegante Methode mittlerweile, wie man das anwenden kann. In dem Fall arbeite ich mit einem Vaser-Gerät. Da gibt es einen besonderen Modus, den nennt man Vaser Smooth. Der macht nichts anderes, als es mir ermöglicht, operativ mit einer dünnen Sonde in dieses Gewebe reinzugehen, die komischen, bindewebigen Septen, richtige fibrotische Stränge zu durchtrennen und gleichzeitig auch überschüssiges Fett abzusaugen. Nur so kann ich effektiv und langfristig eine Cellulite behandeln. Und wie es immer so ist, kommt jetzt die Frage von meinem Patienten, erstens tut es weh, zweitens, wie lange hält es an und drittens, warum hat mein Mann das nicht? Also, wehtun, nein, das wird örtlich betäubt, davon kriegt man gar nichts mit. Hält es lange an? Ja, das Fett, was einmal weg ist, ist für immer weg. Das ist auch etwas, was fälschlicherweise nicht so bekannt ist. Viele Patienten denken, wenn sie sich einmal Fett absaugen lassen, dann kommt es an einer anderen Stelle umso mehr. Das stimmt nicht. Genetisch vorgeschrieben hat jeder von uns sein bestimmtes Set an Fettzellen. Da ist der eine besser gesegnet als der andere, das ist leider so. Es gibt eine gewisse Ungerechtigkeit. Aber, wenn die Fettzelle weg ist, ist sie auch für immer weg. Da kommt keine neue nach. Die Krux an der Sache ist, dass die Fettzellen, die da sind, wenn man abnimmt, nur leer sind, aber nicht weg sind. Und sozusagen wie auf der Lauerstellung sitzen. Nur warten, dass man mal wieder eine Kalorie zu viel isst, um sich wieder aufzuplustern. Und nie durch eine Diät wirklich verschwinden können. Anders bei der Liposuktion. Da haben wir die Möglichkeit, die Fettzelle wirklich komplett zu entfernen, so dass sie nicht mehr auf der Lauer sitzen kann, um uns eben lästige Fettdepots zu zaubern. Und warum hat mein Mann keine Cellulite? Naja, das ist auch wieder eine gewisse natürliche Ungerechtigkeit. Und zwar sieht das Bindegewebe eines Mannes so aus. Der hat viel starrere, fibrotische Stränge als wir Frauen. Die sind sozusagen crisscross angeordnet. Und bei Frauen sind diese Kollagenfasern schön parallel angeordnet. Das hat leider den Effekt, dass wenn diese Fettzellen jetzt zunehmen, sich sozusagen hier zum Deckel alles schön ausbeulen kann und es solche unschönen Einziehungen gibt und beim Mann dieser Zustand viel starrer ist. Und dadurch haben Männer in den seltensten Fällen Cellulitis. Naja, die gute Nachricht ist, dass man was dagegen tun kann. Und die schlechte Nachricht ist, dass es nicht ganz ohne einen kleinen Besuch beim Arzt geht.